Servus Leute, Update Nummer 2 Urlaub. Wir sind in Istanbul. Die Leute denken bestimmt, ich bin gerade verrückt oder so, aber wir werden mich noch nie wieder sehen. Von daher leg ich mal los. Die linke Seite ist die Europaseite. Da ist die Bosporusbrücke. Rechts davon ist die asiatische Seite. Das sind so Bootsferien, die nach Kadekö oder Üsküdar fahren. Also gegenüber von der Seite. Eine krasse Metropol auf jeden Fall. Das ist der Bosporus. Die Brücke, wie gesagt, rechte Seite Asien, linke Seite Europa. Ich zeige euch mal, wie das hier abläuft. In der Menschenmenge. Wie gesagt, ich denke bestimmt, ich bin doch Pläne. Aber wir werden mich sowieso nie wieder sehen. Von daher ist es scheißegal. Hier die berühmten Moschee. Hier das auch fotografieren. Hier die geile Flagge. Für mich natürlich. Die Galater Burg. Die Galater Burg. Ja, leider. Das war es dann schon von mir. Was ich dabei habe, zeige ich euch nochmal schnell. Einmal die SIN, natürlich. Die Fähigkeit. Und einmal S&G, egal wo. Immer die Wahl. Und hier meine Crew. Meine Tochter. Die ist nur am rummeckern. Elif, sag mal Hallo. Hallo. Naja. Also ich empfehle euch die Stadt auf jeden Fall. Es ist eine Megastadt. Klasse Stadt. Haufen Menschen. Und Haufen Sehenswesigkeiten. Und das ist die Galater Brücke. Ja. Das war's schon von mir. Macht's gut. Haut rein. Ciao. Ciao.